2019. Für die Menschen in der Bundeswehr war viel zu tun. Zuhause in Deutschland, auf Übungen und in den Einsätzen. Wir waren für euch dabei. Unsere erste Dienstreise 2019. Wir sind in Beirut auf der Corvette Oldenburg. Wir stehen für euch heute hier am Omaha Beach in der Normandie anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des D-Day. Insgesamt 11 Stunden neues Videomaterial konntet ihr 2019 bei uns sehen. Gedreht in 16 Ländern. Vollgepackt mit Infos und Geschichten von unserer, von eurer Bundeswehr. Genau wie diese wächst übrigens auch unser Kanal. Mittlerweile warten 2758 Videos aus allen Bereichen der Bundeswehr darauf, von euch angeschaut zu werden. 2019 reiste unser Videoteam auch bis weit in den nördlichen Polarkreis. Minus 20 Grad, drei Stunden Sonnenlicht. Nie alle Bedingungen für uns Videojournalisten hier in Nordnorwegen bei der Übung Eiskristall mit den Gebirgsjägern. Hallo, wir sind heute in Bad Reichenhall und berichten für euch über den Polarfuchs 2019. Bei diesem Skitouren-Wettkampf tritt die Gebirgsjägerbrigade 23 zur sogenannten Leistungsüberprüfung Winter an. Ihr, unsere Community, wart 2019 auch aktiv. 55 Millionen Views aus 116 Ländern. Danke für 40.000 Kommentare und fast 800.000 Likes. Die 93.000 neuen Abos machen uns besonders stolz. Ein herzlich Willkommen. Um die Vorfreude auf 2020 zu erhöhen, hier schon mal ein kleiner Ausblick. Wir sind mitten auf der Ostsee unterwegs. Auf dem Urbruch. Wir sind jetzt zum Paul-Löbe-Haus vorgefahren. Da wird sich nachher wieder der Parlamentarische Staatssekretär Taube einfinden. Und wir gucken mal, was so die Arbeitsgruppe-Verteidigung dort drin macht und worüber sie tagt. Was war 2019 euer Lieblingsvideo? Habt ihr Ideen fürs nächste Jahr? Schreibt's einfach in die Kommentare. Wir wünschen euch auf alle Fälle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dann haben wir ihn mitgehalten. Dann gehören wir ihn mit dem Link lore. Ich mache das auf jeden Fall. Welchen Monster. Man sieht würde dann schön. Ihr Lieblings. Vielen Dank.